Den blauen, schwarzen SJ413. Scharko gibt Gas. Scharko hängt am Gas. Der blaue Scharko liegt vorne. Scharko. Schack Rider. Da. Scharko. Scharko. 1,616V. Originalachsen ein bisschen verstärkt. Und da ist ein SJ413. Wir wissen nicht, was für einen Motor da drin hat. Scharko arbeitet sich vor. Der schwarz-blaue SJ413 bleibt aber dran. Der schwarze, blaue SJ413 fährt um die Kurve. Scharko ist da hinten. Verdammt, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber wir bleiben drauf. Yeah, yeah, yeah. Wollen mit dem Alarm. Scharko. Und da der SJ413. Ich werde nachher noch rausfinden, ob der einen anderen Motor drin hat. Nein, nicht. Was für einen Motor hat er drin? Nein, nicht. Hamster. 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 Er hat den Hamster-Motor drin. Da kommt Scharko. Scharko gibt nicht auf. Der blaue SJ413 bleibt hängen. Scharko. Scharko kommt weiter nach vorne. Scharko. 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 Durch rhythmisches Aussprechen von Scharko. Yeah. Der Motor dreht gut. Verdammt, hängt am Gas. Da ist der blaue SJ413. Der hat auch einen anderen Motor drin. Das glaube ich schon. Scharko geht aber viel auf die Kupplung, ne? Oder? Relativ viel. Oder nicht? Geht er? Scharko. Yeah, yeah. Scharko. Scharko. Jetzt. Scharko bleibt am Ball. Scharko bleibt am Ball. Yeah, yeah, yeah. Es geht weiter. Es geht in die Zielgerade. Scharko schließt auf. Scharko arbeitet sich vor. Der blaue SJ413 fährt aber auch immer weiter. Scharko nähert sich ihm. Jetzt Endspurt. Zielgerade. Wollmützenpower. Scharko. Scharko gibt alles. Scharko, rider. Yeah, Scharko gewinnt. Scharko liegt vorne. Scharko. Scharko hat es geschafft. Ja. Ja. Scharko. Bravo. Bravo.